Hier sehen wir es in der Zeitlupe, der Mann, der auf dem vierten Rang fuhr, auch kommt hier auf die Abweiser. Das sind Styroporblöcke, das tut nichts, das macht überhaupt nichts. Sie sehen aus wie die fliegen, das ist nur eine Markierung. Breite Auslaufzonen, die Reifen, die Räder blockieren und er fährt fast hier in unseren Kameratur. Aber kein Problem mit Reifen abgesichert, Leitplanken dahinter. Aber er hat sich offenbar in der Zeitlupe, der auf dem vierten Rang fuhr, kommt hier auf die Abweiser. Aber er hat sich doch wehgetan, oh, er hat sich doch wehgetan. Ein Hande zunächst, aber er spricht mit den Leuten der ONS-Sicherheitsstaffel. Ich habe mich doch wehgetan, ich habe mich doch wehgetan. Ich habe mich doch wehgetan. Untertitelung des ZDF, 2020